Der UN-Sicherheitsrat hat sich auf eine Resolution zum Gaza-Krieg geeinigt. Der Weltsicherheitsrat fordert darin eine tagelange Feuerpause sowie die Einrichtung von Fluchtkorridoren im Gazastreifen. Damit soll der Zugang für humanitäre Hilfe ermöglicht werden. Zudem wurde die sofortige und bedingungslose Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln gefordert. Die von Ratsmitglied Malte eingebrachte Resolution verlangt unter anderem dringende und ausgedehnte humanitäre Pausen und Korridore im gesamten Gazastreifen für eine ausreichende Anzahl von Tagen, um im Einklang mit dem Völkerrecht humanitäre Hilfe zu gewährleisten. Es ist dabei aber nicht die Rede von einem formalen Waffenstillstand. Die USA, Russland und Großbritannien, die im Rat ein Veto einlegen können, enthielten sich bei der Abstimmung über die Resolution. Die übrigen zwölf Mitglieder stimmten dafür. Israel reagierte umgehend auf die Resolution und lehnte längere humanitäre Feuerpausen ab, solange die Geiseln in der Gewalt der Hamas sind. Er gibt, wie es war, das ist, dass wir auf die Krise geißelt. Vielen Dank.